So, nachdem wir heute Morgen schon ein paar kleine Tests gemacht haben, mit der S3 versuchen wir uns jetzt noch mal mit ein wenig Spaß schießen. Einmal. Einmal. Zweimal. Einmal. 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 So, jetzt dann das Ganze noch mal andersrum. so jetzt machen wir das ganze noch mal so rum und dann und und so ich denke mal für sowas ist die s3 eigentlich gemacht und das hat auch ganz gut funktioniert in meinen augen na dann bis dahin